Hallo ihr Lieben, heute geht es los mit der Fimo Knete. Heute ist wieder Sonntag und der dritte Advent. Ich hoffe ihr habt einen wunderschönen dritten Advent und ich bastel mit der Fimo Knete oder Modelliermasse. Ich finde die sehr angenehm von der Art her, besser als den Ton mit dem ich vor einer Weile gearbeitet habe. Wichtig ist, ihr braucht zwei verschiedene Größen von Schüsseln. Ich habe jetzt auch eine Thermoskanne einfach genommen zum ausrollen als Teigroller und roll das dementsprechend aus, drehe das auch immer mal wieder um, damit es halt auch nicht festklebt und habe dadurch dann einen wunderschönen ebenen Teig oder Knete oder wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Und dann nehme ich die größere von den Schüsseln und nehme das als Form, um diese Schüssel zu formen. Und genau, also es macht sich wirklich ganz gut. Also ich habe jetzt Tatsache diese Silikonbackmatte ja drunter gelegt und nutze jetzt zum Beispiel bei dem ersten gerne so ein, ich habe so ein Sträußchen, so ein Zweig, den ich dafür genommen habe und mache damit zum Beispiel eine Eingravierung drin, was halt Tatsache auch echt schön dann aussieht. Habe es auch noch mal drüber gerollt und genau. Und dann lege ich es in das kleinere Schüsselchen. Man muss so ein bisschen schauen, ich habe später auch noch eine andere Schüssel genommen, aufgrund dessen, weil irgendwie waren für mich die kleinen Schüssel nicht ganz so schön. Ich wollte halt größere Schälchen dann später draus machen und dadurch war jetzt einfach das kleine Schüsselchen. War jetzt nicht das schönste, aber was soll's. Und um die Kanten, die ihr ja noch seht, ist das ähnlich wie mit dem Tonarbeiten, dass man es dann mit dem Wasser noch so ein bisschen die Kanten so ein bisschen ausgleicht. Und ich habe es Tatsache relativ gut hinbekommen. Und wie hat die in dem Video von Deko Ideen gereicht gesagt? Es ist handgearbeitet und man darf es auch sehen. Und ich finde das auch vollkommen okay, wenn es nicht aussieht wie aus der Fabrik und dadurch, glaube ich, ist es Tatsache sehr, sehr schön geworden. Versucht euch da so ein bisschen auszuprobieren. Und ja, es ist auch keine Schande, wenn man eine Schüssel noch mal macht. Habe ich auch gemacht. Jetzt die Fails habe ich jetzt euch jetzt nicht so richtig mit eingeblendet, weil ich glaube, das Video wird heute auch relativ lang und dadurch ist das vollkommen okay. Und also auch keine Schande, wenn ihr dann einfach sagt, das sieht doof aus. Ich fange noch mal von vorne an. Ich habe auch ein bisschen immer noch geschaut gehabt, dass das Motiv relativ gut mittig ausschaut. Und ich muss sagen, bei mir ist es nicht ganz so leicht wieder reingesackt. Bei der YouTuberin ist es schneller, aber sie hat auch kleinere Schältchen gemacht. Und dementsprechend, glaube ich, lag es Tatsache einfach an der Größe. Also probiert euch da so ein bisschen aus. Wie gesagt, ich finde das Material, diese Fimo-Modelliermasse, sehr angenehm und werde bestimmt auch damit noch öfter was machen. Man freut sich so ein bisschen mit den Händen was machen zu können. Und genau. Mein nächstes Stück ist einfach ganz normal ohne irgendwas, weil ich wollte es später mit Servettentechnik machen, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ich habe es früher sehr, sehr viel gemacht. Fand das auch echt toll. Hab da mit Vasen auch verziert und hab dann jetzt lange nicht mitgemacht und fand jetzt Tatsache, das ist mal wieder ein bisschen schöner, auch damit was zu machen. Also probiert euch auch da gerne aus. Ich versuche, die Materialien, die ich habe beziehungsweise die ich jetzt genutzt habe, hauptsächlich werde ich schauen, dass ich euch die in die Infobox mit reinpacke, damit ihr da im Zweifelbus raufklicken müsst. Und ja, ich verdiene damit nichts, denn das ist alles komplett frei. Ich habe keinen so einen Verdienst-Link und dementsprechend klickt dort gerne rauf und versucht euch dann gerne mal aus. Auch hier habe ich Tatsache mit dem Wasser noch gearbeitet und hab da so ein bisschen geschaut, die Kanten so ein bisschen schöner zu machen. Ist mir nicht hundertprozentig gelungen, aber was soll's. Falls euch übrigens das Video gefällt oder auch andere Videos schon, ich freue mich tatsächlich sehr über neue Abonnenten, über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über Fragen. Ich versuche euch da immer relativ zeitnah auch zu antworten, damit ihr da einfach auch, falls es konkrete Fragen sind, falls ihr gerade beim Basteln vielleicht auch seid, dass ihr dann eben auch gleich weitermachen könnt oder euch da gleich so ein bisschen drum kümmern könnt, falls Materialien noch fehlen sollten oder falls euch eine Anleitung zu ungenau war, gern kann ich. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Frage zum Epoxidat. Da werde ich denke ich bei meinem nächsten Video vom Epoxidat nochmal drauf eingehen, was ich da mache und nochmal genauer erklären. Und damit das, das habe ich wahrscheinlich in den Anfangsvideos nicht ganz so schön gemacht und wusste jetzt nicht genau, wo könnten nochmal Fragen auftauchen. Und genau. So, das nächste, da habe ich, ja wie sag ich's, so eine Keksausstecher genommen. Ich fand die Idee irgendwo ganz spannend, weil man kann ja da wie gesagt so eine Muster reinmachen, man kann Sachen eindrücken und diese dann halt dementsprechend machen und habe mich jetzt, wer mich kennt, ich liebe Elefanten. Die Elefanten sind halt wirklich unglaubliche Wesen für mich. Ich liebe sie, sie sind ein Teil meines Lebens. Und genau. Und ich habe tatsache dann wirklich einen Elefanten da so reingemacht und bei dem nächsten habe ich mit den Herzformen gearbeitet, habe daraus einen Klebeleit gemacht und fand das halt tatsache sehr, sehr schön, dann auch wie es geworden ist. Ihr seht ja die Endergebnisse, seht ihr ja dann noch. Und hier seht ihr, ich werde nochmal eine neue Schüssel nehmen mit einer anderen Größe. So, ich habe jetzt dann nämlich die etwas größere Schüssel letztendlich zum Ein-, zum Reinfallen genommen. Und genau, also es war für mich jetzt die bessere Variante und genau, ganz wichtig ist, es dauert eine Weile zum Trocknen. Diejenige in dem anderen Video hat gesagt, circa 24 Stunden. Bei mir hat es da ein bisschen länger gedauert. Ich weiß nicht, ob ich einfach mehr Dicke hatte als sie. Auf jeden Fall hat es einen Moment länger gedauert. Ich habe es also, glaube ich, drei Tage durchtrocknen lassen. Es funktioniert sehr gut, dass es dann auch aus der Schüssel gut rausgeht. Also keine Angst, bei mir ging es zumindest sehr, sehr gut raus und habe mich da dann gut austoben dürfen und hatte dann eben vier so eine Schalen mir gemacht. Und ihr seht, ich habe da jetzt meine Herzchen. So, genau, ich mache da gerade noch meine vier Herzchen fertig und lege es jetzt in eine Schüssel. Diese Schüssel habe ich schon zu einer anderen Bastelmaterial genommen. Da hatte ich solche Lavasteine gemacht. Und dadurch ist die Schüssel leider so ein bisschen verfärbt geblieben, was ich tatsächlich sehr schade fand, weil ich das nicht mitgerechnet habe. Und genau. Aber was soll's. Dafür ist sie jetzt fürs Basteln auf jeden Fall noch sehr gut geeignet. Und auch hier mache ich die Kanten wieder mit Wasser ein bisschen schöner, damit es halt eine wunderschöne gleichmäßige oder einen gleichmäßigen Rand ergibt. So, und jetzt sind wir schon soweit und fangen an, die ganzen schönen Schälchen zu verzieren oder einfach zu verfeinern. Sie sind gut durchgetrocknet jetzt. Das heißt, das Ganze, also ich habe ja zwei Chargen gemacht und dementsprechend hat es circa eine Woche gedauert, bis es mit dem Durchtrocknen auch war. Und genau, jetzt habe ich dann noch so ein bisschen die Kanten alle ein bisschen schöner abgeschliffen und Unebenheiten. Auch das hat nicht 100% immer so schön funktioniert. Ich wollte sie jetzt aber auch nicht kaputt machen. Aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön auch geworden. Es gibt kleine Kanten, so eine Risskanten. Ich glaube, wer mit Ton schon mal gearbeitet hat, der kennt das, dass manchmal so eine Risse passieren können. Und das war jetzt leider dann auch bei dem einen der Fall. Ansonsten, wer staubempfindlich ist, der sollte gut aufpassen. Das hat sehr gestaubt, das seht ihr ja da auch schon. Also Achtung, Achtung. Im Zweifel auf jeden Fall mit Maske arbeiten. Und wer da einfach so ein bisschen empfindlich ist. Und als nächstes habe ich mit so einem Schwämmchen, den ersten, mein Liebling, mit dem Elefanten, habe ich den jetzt rot angepinselt, beziehungsweise gestupst. Und habe es dann erstmal einen Moment trocknen lassen. Und habe mit dem nächsten dann weitergearbeitet. Und ich muss dazu sagen, ich habe rückwirkend, habe ich mich so ein bisschen über mich selber geärgert. Ich habe immer die Rückseite nicht mitgemacht. Ich glaube, für zukünftige würde ich wahrscheinlich die Rückseiten mit bepinseln. Aber diesmal habe ich es leider, warum auch immer, nicht gemacht. Sie sehen trotzdem toll aus. Also nur so, um das so vorwegzunehmen. Und genau. Hier arbeite ich mit so einem Gold. Gold-Ockerton, der so ein bisschen in die Richtung geht. Da ist dieser Abdruck mit drin. Und da habe ich dann die Kanten nachgemalt von dem Abdruck, von diesem Zweig, falls ihr euch erinnert. Da habe ich dann diese Kanten nachgemalt in dem Rot. Weil ich fand, es harmonierte ganz gut miteinander. Und in der Zeit konnte auch mein roter Teller in Ruhe durchtrocknen. Und ich habe so einen Goldlack. Auch hier, Achtung, Achtung, der ist halt ein Lack. Das heißt, wer da ganz extrem empfindlich ist, bitte unbedingt eine Maske mitnutzen. Ich habe es jetzt diesmal nicht gemacht. Aber ich glaube, ich würde es in Zukunft auch mit Maske machen. Weil einfach der Geruch unheimlich schwierig ist. Wenn es dann trocknet, ist das okay. Aber wie gesagt. Und ich habe diesen Elefanten dann in Gold ausgemalt. Habe auch die Ränder ein bisschen in Gold gemacht. Und dadurch ist dieser Teller so schön. Also ihr merkt, Elefanten und ich. Diese Zauberei wird so schnell nicht vorbeigehen. Ihr habt da auch wirklich alle Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Also wirklich nicht scheuen, da einfach euch so ein bisschen auszuprobieren. Das ist einfach eine unglaublich schöne, tolle Möglichkeit, sich da auch so ein bisschen handtechnisch auszutoben. Also gerade auch so dieses Kneten und so. Das macht unheimlich viel Spaß. Also wie gesagt, wer mit Ton gerne arbeitet, der wird auch mit Fimo sehr gerne arbeiten wollen. Im Gegenteil. Also ich finde Fimo wesentlich besser als jetzt den Ton. Weil ich wirklich, ich bin ja fast verzweifelt an meinem ganzen Ton. Und hier ist mir zum Beispiel auch ein kleines Malheur passiert. Ich habe leider versehentlich, ist mir da am Rand so ein bisschen Gold runtergestupst. Ich habe es dann mehr oder weniger gut retten können. Und ja, es fällt auf, wer es weiß. Aber ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung auch so. Und ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön. Ich zeige euch zum Schluss gleich nochmal ein Bild, damit ihr das Ganze in Ruhe seht. Ich musste leider so ein bisschen den Turbo einschalten, was die Geschwindigkeit vom Video angeht. Und das ist einfach, weil ich, weil das Video sonst so unheimlich lang geworden ist. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, was kann man rausschneiden, was kann man drinnen lassen. Wo möchtet ihr gerne ein bisschen mehr sehen. Und ja, hier sind es die vier Herzen, also dieses indirekte Kleeblatt. Und das habe ich in der Mischung mit dem Ockerton und dem Rot gemacht. Und fand das tatsächlich auch sehr, sehr schön. Dann auch in der Kombi. Das hat halt wirklich auch etwas Weihnachtliches. Mit dem Grün wollte ich jetzt so nicht weiterarbeiten, weil ich bin nicht so der extreme Grün-Fan. Also ich mag zwar Petrol zum Beispiel sehr gerne, aber eben diese typischen Weihnachtsgrün ist nicht ganz meins. Und dadurch habe ich mich auf das Rot konzentriert und auf diesen Ocker-Goldton. Aber auch da seid ihr komplett frei. Das ist ja jetzt auch nicht nur etwas, was man zu Weihnachten nutzen kann. Mit dem, mit so einem Schälchen kann man sich ja auch, weiß ich nicht, zu Ostern eine Freude machen. Man kann, ja, alle Möglichkeiten ausnutzen, da jetzt irgendwie wunderschöne Schälchen draus zu machen. Und diese natürlich auch zu verschenken. Und auch hier habe ich den Rand gemacht in Gold. Und er machte sich relativ gut. Da ist so ein Pinsel dran. Und ich hatte erst überlegt, ich habe ja vom Epoxidharz noch diese Goldstifte. Aber ich dachte mir, nee, mit so einem Pinsel komme ich da, glaube ich, besser bei und habe dann dementsprechend das damit gemacht. So, und jetzt hatte ich so ein bisschen geschaut, wie ich mit der Servettentechnik das am besten mache. Ich habe mich dann für so einen Weihnachtsmann entschieden. Meine Kollegin war so lieb und hat mir ein paar ihrer Weihnachtsmotive mitgeschickt. Und dadurch konnte ich so ein bisschen mehr schauen, was könnte passen auf mein Schälchen. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr mit Servettentechnik gearbeitet. Da gibt es so einen Art Podge, den man dann drauf macht. Zum Teil macht man es auch drunter, damit die Servette schon gut hält. Das war jetzt hier nicht nötig. Die lag relativ stabil jetzt auch. Die flog jetzt nicht irgendwie weg oder war irgendwie statisch aufgeladen. Und habe dann mit dem Pinsel am besten immer von innen nach außen ziehen, weil dann die Chance besteht, dass dann wirklich alles gut, keine Falken so groß entstehen. Das war zumindest bei mir immer relativ gut. Und habe dann noch, weil ich es so nur mit dem Weihnachtsmann ein bisschen kahl fand, habe ich noch so ein paar Herzen reingemacht. Und fand die dann wirklich sehr, sehr schön. Die haben den Platz schön ausgefüllt. Dann habe ich noch ein bisschen mit der roten Farbe dann die Kanten von der Servette übermalt. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit dem Gold jetzt noch konkret die Kanten übermale, aber habe mich dann tatsächlich auch einfach so ein bisschen dagegen entschieden. Es tut mir übrigens leid, wenn ich ganz oft Tatsache sage. Man merkt es ja immer erst viel später, dass man das macht. Aber jeder hat so seine Macken. Und dementsprechend... Ja, da sind jetzt meine Sternchen, die dann da reinkommen. Und die haben sich da wirklich sehr gut gemacht. Bei der Servettentechnik, man kann zum Teil auch das, das habe ich bei anderen schon mal gesehen, zum Teil im Fernsehen, zum Teil bei YouTube-Videos, dass man halt das nicht mit der Schere macht, sondern so einen Reiseffekt drin hat. Das habe ich selbst jetzt noch nicht ausprobiert, muss ich mal sagen. Aber vielleicht werde ich das auch irgendwann noch mal machen und das vielleicht so ein bisschen auch überlappen lassen. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Wie gesagt, wenn ich es mal mache, dann werde ich euch das an dem Video natürlich zeigen. Ich habe ja so ein bisschen da mich ausgetobt und versuche mich natürlich immer an neuen Sachen. So, hier seht ihr meine schönen Teile. Ich finde sie echt schön geworden. Ich finde sie echt toll. Das heißt, da sind ganz unterschiedliche Varianten. Und genau. Also ich hoffe, euch hat es auch gefallen und probiert das vielleicht gerne mal aus. Ich würde mich tatsächlich sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, lasst gerne ein Abo, einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar, eine Frage, Kritik oder ähnliches da. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu schnell, das Video. Ich weiß, es wäre halt einfach noch länger geworden sonst. Und dementsprechend. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.